Willkommen back zu einem heutigen Scheiß-Tag. Ich habe gestern ein neues Video gedreht, eine neue Fahrradtour. Und was ist passiert? Abgestört! Meine ganzen Daten von dem Video waren verschwunden. Hier steht nur noch im schwarzen Bildschirm hier, wie ihr seht. Alle hier ist einfach nur mal ins Ausbrunten verschwunden. Was für ein Pechvogel! Na ja, ich habe das Handy ausgemacht hier. Ich habe das Handy ausgemacht, denn auf einmal war alles verschwunden. Ein Video konnte nicht mehr gefunden werden. Einen schwarzen Bildschirm jetzt. Scheiße. Das kann mir natürlich nur passieren, ey. So ärgerlich, ey. Es ging noch 7 Minuten gegen das Video hier. Wenigstens eins für das hier. So eine Scheiße, Junge. Das kann mir am Januar passieren heute. Natürlich, wenn das Wetter dann natürlich noch so bleibt, noch ein paar Tage in der Sonnenschein hier. Wird das auf jeden Fall nachgeholt worden. Das war eine richtig geile Strecke, die ich gefahren bin hier. Das war auf jeden Fall. Das wird nachgeholt. Versprochen ist versprochen. Macht's gut, bis heute. Schöne Woche euch. Tschüss. Jurgen jetzt auch auf jeden Fall. Vielen Dank.